Das Hostel Alcina liegt in Cala Ratiada in Mallorca. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter. Insgesamt hat das Hostel Alcina eine Weiterempfehlungsrate von 53%. Insgesamt haben 245 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,6 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5 von 6 Sonnen vergeben. Service Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 3,8 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Das Unterhaltungs- und Sportprogramm empfinden die Gäste als akzeptabel und vergeben. Hierfür 3,5 von 6 Sonnen. Zimmer Akzeptable 3,4 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Gastronomie Gastronomisch kann das Hotel nicht bei den Gästen punkten. Es erhält 3 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Die Kategorie Hotel allgemein umfasst die Sauberkeit und Zustand des Hotels. Hier scheint das Hotel die Erwartungen der Gäste nicht gerecht zu werden und erhält nur 2,8 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. , Das war's für heute.